Herzlich Willkommen in Seine Suisse, eurem Film- und Serienpodcast auf Schweizerdeutsch zur grossen alljährlichen Brugger Filmfestival-Vorschau. Juhu! Weeeey! Wir sind so etwas von geheimt, damit wir sind gemeint der Hill und der Spike. Ciao! Und ich bin der Alex. Hoi Alex! Yes! Und dieses Jahr gehören wir tatsächlich schon in die vierte Runde vom Brugger Filmfestival. Wo ja dieses Jahr in Filmfestival umgenannt worden ist. Bisher sind wir ja ein Horror-Filmfestival gewesen. Aber wir haben gefunden, es passt einfach mehr zu uns, oder? Das Filmfestival. Wir sind ja doch auch ein bisschen offen. Es ist ja Fantastic Horror and Beyond. Und das Beyond, das werdet ihr merken, das wird dieses Jahr hart ausgereizt. Und exklusiv vor der Veröffentlichung offiziell, die wir heute das Programm besprechen. Das wird aber die Folge natürlich dann raus, wenn es auch auf der Homepage online ist. Und es wird ziemlich sicher sein, dass er heute hier 1. August ist, wo die Folge rauskommt. Und das Programm... 1. April, sorry, schon der erste... Happy Birthday Schweiz! Ja, genau. Ja, war eigentlich schon richtig, ja. Nein! Und sicher da auch ein bisschen spezieller ist, dass die Folge halt einfach irgendwann wieder rauskommt. Also nicht wie sonst in unserem Radius. Aber das ist jetzt einfach mal so wie ein Bonus. Für alle Brugger-Hardcore-Fans und Maniacs, wie wir sie ja gerne nennen. Und wir gehen durch das ganze Programm. Jetzt, etwas kann ich schon vorweg nehmen. Bis zu diesem Zeitpunkt, das ist eigentlich so ein Programm, das wir wollen. Aber, die Erfahrung lehrt uns. Es ist schon ein paar Mal, es hat plötzlich geheißen, oh shit. Hey, wir müssen das zurücknehmen oder dort ist das Problem. Ich muss noch ein Film auswechseln oder so. Aber ich sage jetzt einmal so, 98%iger Sicherheit wird das stimmen. Die Zeiten, die wir euch vorlesen, werden auch mehr oder weniger stimmen. Dann kann es höchstens noch sein, dass plötzlich ein Verantwortlicher kommt und sagt, hey, ich muss euch vorstellen, wir finden einen Film. Du bekommst sie ja als Datei, als DCP, meistens online zum Anbeladen. Und dann haben die oftmals einen sogenannten Schlüssel drauf. Und mit diesem Schlüssel, der ist dann einfach für so eine bestimmte Zeit offen, wo der Film gezeigt wird. So ein Dongle. Ja, es ist quasi wie ein Passwort, oder? Du bist wie ein Passwort geschützt. Und dann ist einfach, okay, ihr wollt ihn zeigen, am Donnerstag von viertel um acht oder halb neun, so etwas, bis zum 10, 11 oder so. Dann ist er wirklich vom 8 bis zum 12, kann man ihn zeigen. Und sonst nie. Und da kann es auch mal sein, dass die dann sagen, oh, er hat aber gern, dass der Film nicht am 3 läuft, sondern am 6. Das kann passieren. Ist praktisch noch nie der Fall gewesen, aber könnte sein. Also es kann sein, dass noch ein, zwei Sachen verändert werden. Aber es geht ja einfach mal darum, grundsätzlich eine Vorschau zu geben, was alles abgegauert wird am Festival. Und wir haben das natürlich so brandneu und frisch wie nur möglich bringen. Und nicht irgendwie nach zwei Wochen nach dem, ja, das ganze Programm draussen ist. Das wäre ein bisschen blöd. Ja. Jetzt sind ja schon ein paar Sachen vorher angekündigt worden. Ihr habt ja auch das schon ein bisschen mitbekommen. Ja. Wie seht ihr das? Ja, das wird richtig spannend. Also gut, man muss jetzt auch noch dazusagen, der Hill und ich haben jetzt das Programm vor zwei Stunden bekommen. Ja. Also es ist wirklich aktueller geirktes nicht mehr. Hey, es wird ziemlich eine wilde Nummer. Eigentlich wie immer, aber ich habe irgendein Gefühl, das wird besonders wild. Ja, das ist, glaube ich, korrekt. Ich glaube, das kann man schon mal so sagen. Ähm, genau. Jetzt müssen wir schnell etwas probieren. Ja, das geht ja wunderprächtig, oder? Ja, das geht ja wunderprächtig, oder? Ja, also. Und zwar würde ich sagen, legen wir gerade los mit dem Programm. Wie immer findet es statt vom Mittwoch an, vom 27. Nein, 24. Blöd. 24. bis 27. April. Also bis eigentlich am 28. wenn man es ganz genau nimmt, Sonntag am Morgen. Am 5. wird wieder der letzte Film fertig sein. Ist aber wieder nur so eine lange Filmnacht, haben wir eigentlich immer am Samstag für Sonntag. Sonst sind es eigentlich entspannte Zeiten. Wir haben sehr darauf geachtet, dass es plus minus die gleichen Zeiten sind. Jetzt das Programm, das ich jetzt vor euch sehe, das ist ganz wichtig. Das ist eine Vorlage, eine Druckvorlage. So viel darf ich auch schon verraten. Ähm, und gewisse Zeiten sind vielleicht noch nicht ausgekorrigiert. Also zum Beispiel steht gleichzeitig bei dem Film Viertel ab 1, aber meint es steht jetzt Viertel ab 12. Ich sehe jetzt so gerade. Das ist natürlich ein Fehler. Es sollten beide dann noch Viertel ab 1. Weil wir haben so mehrere Blöcks, das immer in den beiden Kinos, im Odeon und im Excelsior, keine fünf Minuten zu Füssen voneinander entfernt, dass sie eigentlich gleichzeitig mehr oder weniger starten. Das heisst, der wahre Horror, das ist eigentlich jedes Jahr unser Ziel, ich glaube das Jahr haben wir es wirklich geschafft, ist, du musst dich entscheiden als Besucher von Brugger, welchen Film gehst du schauen. Darum in den Anfall kommen wir da nicht alleine, sondern mindestens das zweite, dann können wir einfach alles abdecken, sitzen einfach nie nebeneinander. So. Wie immer gibt es natürlich auch eine official competition. Das heisst, es gibt fünf Filme. Die werden doppelt gezeigt, immer am Morgen und irgendwann im Verlauf des angenommenen Erfolgs. Also könnt ihr das sicher gelungen alle von der Competition. Und da gibt es also Kärtchen, wo ihr dann nach dem Film könnt, eure Bewertung von 0 bis 10 vermutlich geben. Und dann, der Gewinner, der wird dann am Samstag bei der grossen Preisverleihung ausgerufen. Und da bekommen Regisseur und Produzenten 5'000 Franken. Und noch einen guten alten Pokal, der Eye of the Beholder Award, den wir haben. Den wir hier designt haben, ihr habt ihn vielleicht schon gesehen, sonst findet ihr ihn auch online. So. Wir fangen aber an mit dem ersten Tag, Mittwoch, der 24. Die Öffnung ist in beiden Kinos, im Exelzio und im Odeon, ab den 10. Das heisst, wichtig ist für die, die jetzt zum Beispiel ein Pass haben für das ganze Festival, dass ihr schon online bekommt, sobald das Programm veröffentlicht ist und aufgeschaltet ist, kriegt ihr so einen Code und dann könnt ihr für alle Filme, die ihr wollt, schauen und buchen. Warum ist das so? Ganz eine einfache Geschichte eigentlich. Es ist einfach, hey, es gibt vielleicht Leute, die sagen, ihr hört auch für mich, das sieht mich nicht. Und ihr werdet auf Platz frei. Und es ist schade, wenn ihr einfach reserviert ist für jemanden, der einen Pass hat. Ist eigentlich fast in jedem Festival so, dass auch wenn du einen Pass hast, den du gratis an alle Vorstellungen kannst, du aber gleich noch musst, die einzelnen Tickets buchen. Ganz normales Prozedere. Aber das wisst ihr ja schon, weil ihr werdet ja eine Mail bekommen, wo das dann entsteht. Und du sitzt einmal halt eine halbe Stunde in drei Viertelahnen, da müsstest du mir wirklich gut Gedanken machen. Und ich hoffe, dass die Folge heute noch euch auch hilft, bei der Entscheidungsfindung da dabei. So, ich wäre sehr froh, wenn wir es vielleicht so machen, jemand von euch tut das Programm vorlesen, oder nein, ich tut das Programm vorlesen, aber du tust vielleicht, wir haben ja da so ein bisschen Infos zu dem Film. Wenn du das ein bisschen offen hast, dann kannst du auch etwas dazu sagen. Ist das gut? Also, aber du tust nicht gerade das ganze Arme lesen? Nein, 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 einfach nur vielleicht die ersten Pass. Auch weißt du, dass wir ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, was wir da eigentlich schauen. Okay. Die Öffnung am 10 Uhr, dann kriegt ihr euren Spasschen. Und für die, die das wollen, können ihr auch Tickets ausdrucken natürlich dann vor Ort. Weil es gibt Leute, die das halt lieber haben als digital. Und dann haben sie da so eine Riesen-Schwette. Bei uns hängt da auch eine an der Wand, für alle Anstellungen. Genau, für die Sammlung. Und am 11 Uhr geht es schon los mit den ersten Filmen. Und anfangen wir im Excelsior mit Canceled. Yo. Canceled ist eine schwedische Produktion aus dem Jahr 2023. Yes. Fangen wir mal schnell an, was wir da zusammen geschrieben haben. Gone Ghosting, das sind die beliebten Geisterjäger-Influencer mit Millionen-Follower- und Merchandise-Verkaufszahlen in ähnlicher Höhe. Um die Gefolgschaft nicht zu enttäuschen, bricht man in ein verlassenes Anwesen ein, wo man, so sagt die Legende, einige Menschen ums Leben kamen. Zeit der Wahrheit auf den Grund zu gehen und den Livestream zu starten. Doch dann. Okay. Yes. Ja, das klingt ein bisschen nach Found Footage und Influencer-Schnetzel. Genau. Ganz genau. So, das war ein gemütlicher Start-und-Darxie, auch einer von den neuen Filmen. Ich meinte, die ist auch Schweizer Premiere, wenn man nicht täuscht. Ich glaube, die ist noch nie in der Schweiz gezeigt worden. Gleichzeitig dazu, für die, die sagen, ja, die neuen Filme, ich weiss nicht. Ich habe lieber die alten Filme, ich habe wirklich lieber Klassiker und das tun wir schon wieder zu modern. Ah, Spooko, es ist so mainstreaming und so zu sehr beyond. Nichts. Bouillon Omega, zeigen wir am 11 im Odeon. Mhm. Seid ihr da etwas? Der hat etwa 100'000 Namen. Okay. Also es ist ein italienischer Horrorfilm aus 1971. Mhm. Und der ist, in Deutschland ist er bekannt als Sato, ich glaube, das Tor zur Hölle oder so. Ah. Ja, genau der. Ja. Geil. Der ist ja indiziert und alles, wie blöd. Der ist verbannt, verpönt und ganz, ganz schlimm gewesen. Da habe ich eine verdammte geile DVD davon. Yes. Also da gibt es auch ganz viele Körpersaft, die ihr so noch nie gesehen habt. Ja. Es ist wirklich grausig und es geht um ein Taxidermisch. Das ist einer, die Leute ausstopft. Äh, die Leute ausstopft, Entschuldigung, das habe ich nicht so spoilert. Äh, die Tiere ausstopft. So, 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 so. Ja, als Tierpräparator. Ja, da gibt es da Voodoo und so weiter. Und tatsächlich hat der Film Kultstatus. Absolut. Unter anderem, wegen auch den wirklich schönen Bildern, wie es 70 Jahre Horror eben oft hat. Mhm. Und ein absolut geiler Soundtrack. Und der ist von Goblin. Ja, den Goblin. Und auf die kommen wir später noch dazu. Die klassischen Goblin. Dann gehen wir weiter. Am Viertel 1 geht es weiter im Excelsior und im Odeon. Und im Excelsior zeigen wir, ähm, ja, ich sage es mal, Mitte 2000 ist, glaube ich, rausgekommen. Ein neuerer Creature Feature Film, vermeintlich neuerer, Feast. Jo, aus den USA, 2005. Yes. Ähm, textlich kann ich wahnsinnig viel dazu sagen, weil da ist noch gar keiner. Ja, das kann ich machen. Ey, es ist relativ simpel. Weil, ähm, also, es ist, ein paar Leute werden eingeschlossen in einer abgeranzten Bar, irgendwo halb in der Wüste. Und, ähm, sie werden, äh, sie barrikadieren sich, weil draussen sind riesige Viecher, die sie jagen und zerfleischen. So. Also, ein bisschen ähnlich, man kann schon fast sagen, From Dusk Kill Dawn, aber die Monster sind nicht drin, sondern sind auch draussen. Und, äh, es ist sehr, äh, ja, er hat durchaus ein paar ekelige Momente, äh, und sehr, sehr witzige auch. Es ist auch so ein bisschen komödiartig, durchaus. Und, äh, wie wir finden, ein wunderbarer, so, nachmittags gemütlicher Chillofilm. Gerade, wenn man vielleicht Buyo Omega oder Cancel sich reingezogen hat. Ähm, am Viertelab 1, gleichzeitig, äh, im Odeon, zeigen wir dann Chlorfood. Das ist wieder einer von den Neueren. Genau. Das könnte dir gefallen. 2023, US-Produktion vom, äh, wer kennt ihn nicht, der weltberühmte Produzent, oder Regisseur Michael Day. Absolut, mit dem auch. Voller Tipp. Ja, genau. Der gute von Michael Knight. Aha. Was? Ja. Jetzt verzeihst du. Das war so gut, ich habe ihn nicht mal geschnallt. Ja. Okay, also, ich fange schnell an, vorlesen. Reparateure, die an die Tür klopfen, um das Zuhause für einige Stunden auf den Kopf zu stellen. Der reine Horror. In Michael Day's Chlorfood muss die penible High-Society-Blondine Janet unliebsame Klempner in ihre schicke Villa lassen. Dabei erweist sich Leo als besonders widerspenstiger Zeitgenosse. Mehr an Terra der schönen Reichen interessiert, als an der Reparatur ihrer Badezimmer. Richtig. Also, ihr merkt, es dauert schon je nach Home Invasion. Es geht sehr viel um toxische Männlichkeit und Frauen, wie sie damit umgehen und wie das Ganze auch passieren kann. Es ist wieder nicht zu viel verraten, aber wir haben da alle durchaus sehr unterhaltsam gefunden. Er ist sehr hochwertig produziert. Er hat ein paar spannende Leute, die da mitmachen. Also, habt ihr vielleicht erkennt, Lise mal, wie heisst die Hauptdarstellerin? Weisst du das? Die Hauptdarstellerin heisst Francesca Eastwood. Sagt dir diesen Namen etwas? Ist das Clinty? Yes, genau. Und er ist auch nicht ganz unbekannt. Obwohl mein Eastwood-Nachkommen… Ja, aber die ist auch schon 70, 80 in dem Fall. Ja, entweder das oder die Urenkelin. Ähm, das wüsste ich gar nicht. Also, die sind vermutlich schon 20. Aber die sind alle schon 50. Kann sein. Yo, und dann gehen wir schon in den nächsten Blog. Der ist um halb vier Uhr. Wieder in beiden Kinos. Wir gehen wieder in 6 Celsius. Da zeigen wir zuerst Dream Season. Dream Season, das kann ich euch schon mal vorwegnehmen. Das ist auch wieder eine Premiere. Ein neuer Film aus dem 23. Und da geht es eigentlich darum, dass ein paar Kiffer ihren Traumjob, ihren vermeintlichen gefunden haben, weil sie gehen in einer entlegenen Kiffer, also Grasfarm, wo es so im Wald versteckt ist, oder? Wenn sie, sollen sie das Gras abbauen und vor allem Blüten abschneiden und so etwas machen. An der Alpho. Genau. Allerdings stimmt etwas doch trotzdem nicht in dieser Gegend. So viel kann man mal verraten. Das Tochter-Matte und keine Hand pflanzen. Haa. Okay. Sehr stylischer Film. Cooles Set-Design. Und hey, da mache ich noch ein paar wirklich sehr bekannte Leute mit. Unter anderem Jane Badlow, das war in der 80-Jahre-Serie-Fans in V. zum Beispiel sehr bekannt. Wie, wie? Ich glaube, es war Sci-Fi. Ich kenne auch die Besucher, aber das ist eine neue Film. Ja. Da hat es aber schon einmal gegeben, wenn es mir recht ist. Richtig, ganz genau. Ja, und sicher auch noch bekannt ist der... Ah, wie heisst sie? Ich muss es auch nachschauen. Ich glaube... Genau, Bax, Taylor Klaas. Schauspieler, die sich selber als... Wie sagt man? Ah, jetzt verschnurre ich mich noch. Äh... Selberbefriedigung? Nein. Nein, äh... Binär. So, non-binär. Non-binär. Genau. Und sie gibt mir zum Beispiel aus der Scream-Serie. Ähm... Und ich kann schon mal vorwegnehmen, sie wird für einen von den speziellsten Momenten in dem Film sorgen. Was sicher für die ein oder andere Gespräche nachher wird sorgen. Okay. Gleichzeitig läuft, äh... etwas ein bisschen Spezielleres bei uns. Und zwar im Odiamao Halbvier in der Junkhead. Äh, nur mal ganz schnell in Waffen. Wenn wir uns... Ich muss es auch die ganze Zeit hier und her sagen. Ja, mach die doch abwech. Wenn wir uns noch ein bisschen aufteilen. Hil, übernimmst du nachher 6 Celsius und ich mache beim Odeon weiter. Kann man, ja. Wunderbar. Das ist gut. Ja, soll ja jedem etwas sagen. Okay. Jo, genau. Also der Junkhead. Yes. Ich würde sagen. Genau. Ähm... Ja. Das Top-Motion-Film. Oh, da geht's ab, he? Oh, da hinten wird gebaut. Ja, geil. Das haben wir an Ostersamstieg. Ja, ja. Jo. Ähm... Also, das ist ein... Stop-Motion-Film, wenn ich das jetzt so interpretiere, Science-Fiction-mässig um einen kleinen Roboter. Ja. Japanische Produktion von 2017. Der Text, den ihr zusammengefasst habt, ist, es ist gleichermassen unvorstellbar wie atemberaubend, was Takahide Hori in jahrelanger Handarbeit alleine designt. Richtig. Gebaut, komponiert, gefilmt und animiert hat. Ein Lebenswerk und ein Meisterwerk des Stop-Motion-Animationsfilms. Also ich möchte euch vorstellen, der Typ, der Japaner, der hat das alles alleine gemacht und ich glaube, zwölf Jahre gebraucht dafür. Und der ist am Fantos schon gezeigt worden zu Baden, das Animationsfilm-Festival und in Kooperation mit Fantos, sie präsentieren quasi den Film für uns. Sie haben uns ein paar Vorschläge geschickt und wir haben gefunden, das ist wirklich crazy, allein wegen der Hintergrund-Story. Irgendwie so von Machart und dem Herzblut, was da drin sein muss, erinnert mich das ein bisschen an «Benny loves you». Also mit so einer… Also bei aller Liebe zu Benny, der ist sicher aufwendiger. Stop-Motion, 12 Jahre… Nein, aber nein, ich meine halt einfach den Film komplett selber gemacht und mit so einer prägnanten Hauptfigur, das meine ich. Ja, das von dem auch schon, ja. Also es ist sicher eine spannende Geschichte. Ja. Dann gehen wir weiter, arm sexy in den beiden Kinos. Zuerst gehen wir ins guten alten Excelsior und da kommt der erste Competition-Film, der gezeigt wird. Also sprich einer von denen, die um einen Eye of the Beholder-Preis baulen, und zwar «You'll Never Find Me». Genau, «You'll Never Find Me», ein australischer Film. Richtig. 23. Wo du Patrick, der arme Kaip… Kein Zufall. Kein Zufall, in einem Wohnwagenpark wohnt, in einem abgelegenen Wohnwagen. Und in einer Sturmnacht eine junge Frau schutzsüchtet bei ihm. Mhm. Und dann, als sie bei ihm im Wohnwagen halt schutzsüchtet hat, gehen wir aussen dran, oder generieren halt immer irgendwelche grösche und beklemmende Gefühle auf und es entwickelt sich da irgendwie ein bisschen halt… Das kann man spielen. Das kann man spielen, genau. Ja. Sehr, sehr spannender Film, der hat uns wirklich sehr gut gefallen und ich hoffe, euch wird dann auch gefallen. Gleichzeitig läuft einer, der von unserem Season Special ist. Wir haben ja ein Season Special dieses Jahr und zwar «Celebrating the Underdog». Sprich, im Film, gerade im Horrorfilm, ist ja immer schon gesehen, die Leute, die man gemeinhin als Underdogs verschreien würde, seien das Nerds, oder Leute mit sexuellen anderen Präferenzen, oder was weiss ich, also Leute, die eigentlich völlig normal sind wie alle anderen auch, aber immer wieder als Underdog gehandelt werden, aber im Film immer wieder einen grossen Einsatz bekommen haben und gerade im Genre-Kino. Und hier zeigen wir einen Film, der gar nicht so alt ist, «Couton d'Olégeur». Genau. Oder «Messer ins Herz» oder «Nife and Heart» hat er, glaube ich, auch noch gehalten. Richtig. Mit Vanessa Paradis, der Hauptrolle, also mal wieder jemanden, den man eigentlich kennt. Absolut. Französisch-Schweizerisch-Mexikanische Produktion. Inszeniert vom, jetzt ist die Frage, wie spricht man es richtig aus, ich sage jetzt mal «Ian González». «Ian González» hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja. Okay, man muss schon vorlesen. «Couton d'Olégeur» ist das Spielfilmdebüt des französischen Regisseurs «Ian González» und spielt in der Pariser Schwulenszene der späten 70er Jahre. Uh, Brennpunkt. Mhm. «Das Leben von Anne» spielt von Vanessa Paradis, einer Produzentin für billige schwulen Pornos, verändert sich dramatisch, als sie von ihrer Partnerin Louise verlassen wird und ihre Darsteller eine Reihe mysteriöser Morde zum Opfer fallen. Voilà. Ihr merkt schon, das wird ein wildes Stilmix. Und, äh, ist sehr, sehr beliebt bei einigen bei uns, äh, von der Jury gewesen. Und dann haben wir gefunden, der würde doch hervorragend passen, weil auch das, oder, ist auch wieder eine Szene, die man gerne nur heimlich schaut, wenn niemand zuschaut und Vorhänge zuschaut sind, oder? Und, äh, da halt auf der grossen Inwand die Welt zeigt. Und, äh, sind wir sicher? Meint, wir haben irgendwie nachgeschaut. Hast du gehabt, auch wenn es eine schweizerisch-französische Proposition war, ist es irgendwie kaum gezeigt worden in der Schweiz. Also von dem her, geben wir dem nochmal ein bisschen lieber. Finde ich auch noch interessant, 2018 rausgekommen und, äh, dann haben wir doch die letzte gerade, äh, ein bisschen ähnliche Thematik gehabt bei American Horror Story. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also. Hm? Der ist schneller gesehen. Ja, oder inspirierend. Ich inspirierender, das kann ich auch sein. Ja, ja. Yo, dann, am halb neun Uhr gehen wir die beiden Kinos. Wir gehen zuerst in Excelsior und da zeigen wir einen Film, der tatsächlich knapp eine Woche vorher seine Premiere wird haben. Aber vielleicht sagen wir euch, hm, der Konkurrenzfilm, der im Urteil läuft, der interessiert mir nicht so. Und ich muss auch nicht gerade in der ersten Woche schauen. ich gehe da an den Bruggogen schauen, wo es ja quasi in meinem Ticket, in meinem Tagesticket oder in meinem Festivalpass inkludiert ist. Und zwar zeigen wir Abigail. Genau, Abigail aus dem 24. Ähm, von Matt Bettinelli und Olpin. Matt Bettinelli und Olpin. Und Thilo ist Gillet oder Gillet? Gillet. Gillet. Gillet, ja. Gillet. Ich bin das Beste im Mann. Absolut. Genau, wo man sicher unter anderem kennt von Scream und Scream. Was ist Sax? V1. Oder ist das 4? Nein, Sax. Was? V1 ist Sax. Ja. Ach, ja. Römisch ist lange her. Wenn es vorn dran steht, abziehen. Wenn es nach steht, erzählen. Ja, ja. Das ist eigentlich einfacher. Man weiss. Ja, genau. Es geht um Abigail, eine kleine Ballerina. Die entfeiert wird von einem Führer. Die Lösegalds-Wann erprassen. Und sich halt denken, so ein kleines Mädchen sind es vier. Ist schon nicht so schwer. Und so wie es aussieht, dann puppt sich so ein kleines liebes Mädchen. Mhm. Richtig. Vielleicht haben wir sogar schon den Trailer gesehen. Gleichzeitig dazu, ich würde sagen, das Kontrastprogramm, wo man einen bringen kann. Aber tatsächlich einen von diesen wirklich ganz alten Universal-Monsterfilmen, den ich gar noch nicht so lange her einmal hier in einer Rückblick-Folge auch genannt habe, weil ich den so cool gefunden habe. Und darum habe ich den auch hier vorgeschlagen. Und die Leute waren dabei. Was zeigen wir? Ja, vom Jahr 1954. Creature from the Black Lagoon. Oder auf Deutsch Der Schreck des Amazonas. Yes. Absolut klassischer Monster-Horrorfilm. Wo ganz viele Leute aber nicht gesehen haben. Ich bin immer wieder überrascht. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber wir haben natürlich tausend Anspielungen davon gesehen. Wenn irgendwelche Monster aus dem Meer gekommen sind, oder Ego, die im Wasser gelebt haben. Ich meine, Hannibal Smith in A-Team, wo er schon in der ersten Folge hier als Eddie die Exe rumläuft. Genau. Ganz klar eine Anspielung. Auf das hat ja nachher auch noch ganz, ganz viel Horror. Dawson's Creek, Shape of Water und so weiter und so fort. Ja, du kannst eigentlich gar nicht. Monsters gibt es ja auch eine solche Figur. Ja. Meint die jetzt mal Gärts und ist ein Erfolg. Ja, also als Gast glaube ich. Ja. Ja, klar. Also einfach klassischer Monster-Horror. Ich glaube, da muss man nicht einmal auf eine Story eingehen. Nein. Es ist einfach, man ist noch immer, dort hat es etwas und dann stellt sich heraus, was es ist. Es ist einfach ein schöner Nostalgie-Trip und darum auch im Odeon und das passende Kino sicher dazu. Ja, unbedingt. Nein, das ist klar ein Odeon-Film. Und dann kommen die zwei letzten Filme von diesem Tag. Das heisst, man sollte eigentlich so gerade knapp arbeiten, wenn man irgendwie nach Hause will, auf zwölf Uhr oder halb eins zu gehen oder so. Wir haben ein bisschen geguckt darauf, dass es amigens möglich ist, wenn immer möglich. Am halb elf Uhr startet auch wieder ein neuer Film. Fresh from the Grindr, wie wir es gerne nennen. Eight Eyes im Excelsior. Und das ist ein bisschen eine wilde Geschichte. Hier hilft er vielleicht ein bisschen. Weil der ist... Also, Winaigessyndrom. Sagt euch das etwas? Essig-Syndrom? Essig-Säure-Syndrom, meine ich. Ja, genau. Er hat Dinge mit der Filmrolle zu tun, wo sich etwas darauf bildet. Genau. Das tut man ja drauf tun. Und dann tut sich das langsam zu ersetzen, oder? Gerade auf altem Filmmaterial. Und so kannst du eben altes Filmmaterial wieder schön machen oder neu gewinnen. Und es gibt hier so einen amerikanischen Verleiher. Das ist der, den wir hier haben. Ich weiss gar nicht, wie er heisst, ehrlich gesagt. Vielleicht steht es. Nein, ist doch egal. Der ist darauf spezialisiert, das zu machen mit uralten Filmen, die du nie mehr findest. Die nur so alte Rollen gibt. Und da haben sie jetzt einen neuen Film herausgebracht. Und tatsächlich haben sie es geschafft, einen neuen Film zu machen. Aber auch in diesem 16mm Look. Und es ist ein absoluter Nostalgiefilm. Es ist sehr psychodelisch. Es geht sehr 70er Jahre. Und durchaus 1-2-8 Euro wert, um darauf zu werfen. Wenn ich lese, es ist ein Paar, der in Ex-Jugoslawien hier reist. Ja. Und dann dort halt irgendwie mit der Unterwelt in Kontakt kommt. Ich finde so Jugoslawien, so der Ost, finde ich immer recht spannend. Ja. So die alt abgefuckte Gegend. Und du kannst recht gut spielen mit so Unterwelt gegen uns. Richtig. Also es geht wirklich wild ab. So viel kann ich versprechen. Gleichzeitig läuft aber wieder im Odeon ein absoluter Klassiker. Einen von meinen Lieblings-Slasher, muss ich ganz ehrlich sagen. The Burning. Ja. Hast du auch einmal davon erzählt in einer Rückblick-Folge? Der hat mir sehr Eindruck gemacht, wie du davon erzählt hast. Weil ganz klare Anspielung am Freitag der 13. Einfach da ist jetzt das Mordwerkzeug eine riesen grosse Schere. Hauptsächlich so. Und das Glück ist bei Jason, der hat ja alles gebraucht. Er hat auch einmal eine Schere gebraucht. Ich glaube in Teil 5, wenn es mir recht ist. Ja. Auch wieder Sommerlager. Was sonst? Leute, die vielleicht ein bisschen frustriert sind. Leute, die ein bisschen übereifrig sind. Tatsächlich auch ein Cast, wo ein paar Leute dabei sind, die man mindestens vom Gesehen her kennt. Jason Alexander könnte noch die meisten kennen, die in Seinfeld eine Hauptrolle gespielt hat. Aber auch sonst noch ein paar, wo wir sofort etwas sagen. Also ich glaube, da habt ihr auch wieder die perfekte Zeit gefunden für diesen Film. Das ist ein wunderschöner Abschluss von Tag 1. Yes. Und dann gehen wir doch schon in Tag 2, den Donnerstag. Und ihr merkt, ein schöner, gemütlicher, spannender Tag. Und auch schon sehr, sehr vielseitig. Also ich meine wirklich von Creature, über 70 Jahre psychotelisch, über moderner Horror, bis zu 50 Jahre. Und einfach, wir haben alle solche Slasher, wir haben alle Genres schon recht abgedeckt. Das geht euch am nächsten Tag ähnlich weiter. Wieder die Türöffnung, allerdings am halb elf, immer halb Stunden vorher. Und am elf, der erste Film, man sieht es ja, Zombie-Holocaust. Mhm. Zombie-Orgos aus 1980, von Marino Chirolami. Si. Si. Oh ja. Zombie-Filme, ähm, wo, äh... Ja, nicht nur mehr. Nicht nur mehr, genau. Darf man da auch noch ein anderer von? Absolut. Also Zombie-Kannibale-Filme. Richtig. Und ich glaube, viel mehr musst du nicht dazu sagen. Er gültet auch, absolut ein Klassiker, oder? Gerade für die Gorehounds von dieser Zeit, oder? Und äh, wirklich ein widerlicher Film. Genau das Richtige zum Tag starten. Mhm. Ja. Und wie schon gesagt, äh, äh, an der gleichen Zeit, aber dann im Odeon zeigen wir auch, äh, weitere, äh, Filme aus der Official Competition, äh, Competition, Competition, Last Draw. Mhm. Äh, Last Draw? Hast du jetzt einen anderen? Wir sind am Donnerstag. Ja. Äh, ja, genau. Und ich bin selbstverständlich, äh, ein Tag zu weit gewesen. Das macht doch nichts. Ah. Ja, ich merke, es ist ein bisschen, äh, improvisiert heute. Ja, es ist sehr kurzfristig, aber hey, fuck it. Okay, also, Last Draw, 2023, US-Produktion vom Alan Scott Neal. Mhm. Uh, der Untertitel ist schon auch geil. Shitty Night Shift at the Diner. Richtig. Ja, da kann alles passieren. Ähm, Kellnerin Nancy hütet ein abgelegenes Diner, als sie mit unangenehmen Gästen konfrontiert wird. Aus einer ruhigen Nachtschicht wäre ein unerbitterlicher Überlebenskampf. Ja, was willst du mehr? Entschuldigung. Nein, genau. Das wollen wir. So wird eine Nachtschicht wenigstens nicht langweilig. Ha. So. Dann, haben wir am Viertel ab 1 im Excelsior zeigen wir auch wieder einen neuerer Film, äh, der auch Schweizer Premiere wird führen. Der Deep Dark Auto hat noch einen französischen Titel. Hast du den schon gefunden? Ha. Wahrscheinlich ist er gar nicht drauf. Doch, doch. Hast du nicht unter Deep Dark drauf? Hä? Ich bin ja schon zweimal der Uhr sucht, woher hängt du denn? Göl Noir. Ach, Göl. Göl Noir. Kann ich noch lange suchen. Ha. Die schwarze Schnur. Ich bin auch schon drüber gekommen mit der Positionierung der Filme. Die ist nicht alphabetisch, oder? Nein, nein. Nein, nein. Es ist, äh, je nach Art und Weise vom Film. Genau. Es ist nach Genre, also nicht nach Genre, sondern ich meine eben Fresh from the Grindr, die ganz neuen Filme. Official Selection. Dann, ähm, Season Special. Ähm. Celebrating the Underdog. Und dann haben wir noch, äh, die alten Haudeigen. Genau. Ja, darum habe ich eben auch immer ein bisschen länger Hild. Ja, ja. Zum Lesen ist es viel interessanter, für uns jetzt. Zum Zusammenfassen ist es natürlich schwieriger. Aber wir sind ja Profis, oder? Also, vielleicht kann ich dir schon ein bisschen helfen. Hostile und Méandre. Haben wir auch schon mal gezeigt. Vom französischen Regisseur Mathieu Thury. Ähm. Und das ist sein neuestes Werk. Und es spielt in einer längst vergangenen Zeit, in den 50 Jahren in Frankreich und zwar in einem Kohlebergwerk. Und plötzlich ist jetzt irgendetwas und ein nach dem anderen von diesen Bergwerksmitarbeiter verschwindet. Oh mon dieu. Viel mehr muss man gar nicht dazu verraten. Die Vogel auch im Käfig. Als erstes, oder? Äh, peut être, peut être. Ich habe nur so viel verraten. Ähm. Ich sage doch immer, echte Effekte, oder? Gehen immer vor CGI Effekten, oder? Im Finale kann man da jetzt vielleicht noch einmal darüber diskutieren, aber ich habe es geliebt. Und, äh, ich glaube, äh, wenn ihr es dann gesehen werdet, werdet ihr verstehen, was ich meine. Es ist durchaus ein Blickli wert. Coole Sache. Gleichzeitig zeigen wir aber wieder, äh, 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 Klassico. Mwah. Ist ein Klassico. Es ist vor allem ziemlich Trash-Perle. Allein der Titel ist Gott am Viertel ab 1, im Odeon. Spike. Jawohl. Und zwar, Hell Comes to Frogtown. Ja. Ja, ja, ja. Von 1988, auch in der US-amerikanischen Produktion. Äh, ja, ein bisschen postapokalyptische Sache. Äh, der Atomkrieg ist durch. Die meisten Menschen, naja, eigentlich die meisten Männer, sind unfruchtbar. Ja, kann nach dem Atomkrieg durchaus mal passieren. Die wenigen, die nach Nachwuchs zeugen können, werden von der Regierung umgarnt und als Zuchthengste genutzt. Ah, soll ja auch etwas Traumhaftes haben. Ja, nebenbei wird die postapokalyptische Welt von mutierten Froschwesen bevölkert. Ja, klar, die können immer. Macht ja Sinn. Absolut. Ausgestattet mit einer genitalienschonenden Keuschheit... Mit einem genitalienschonenden Keuschheitsgürtel, komisches Wort, wird Sam Hell in die Mutantenstadt Frogtown geschickt, um dort eine Gruppe entführer furchtbarer Frauen... Fruchtbarer Frauen... Fruchtbarer Frauen. Fruchtbarer Frauen. Das ist Hell Comes to Frogtown. Okay, eine ganz wilde Nummer. Und den Hauptdarsteller kennen wir alle? Rowdy Roddy Piper. Also alle Wrestling Fans kommen auch auf ihre Kosten. Ah, im Horrorfilm ist ja auch etwas bekannt. Das ist ja so. Gerade mit Delive und so. Genau, genau. So, dann am halb 11 Uhr... Äh, halb 4 Uhr... Was habe ich heute noch bezahlen? Das ist schlimm mir. Den Ton habe ich auch noch an. Also irgendwie das ist... Samstagmorgen und wir haben noch einen harten Tag vor uns. Ja, gestern war ein harten Tag. Daydrinking, ich liebe es. Ja, 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 ja. So. Und zwar zeigen wir auch... Am halb 5... 4 Uhr... Halb 4 Uhr... Ihr seht es ja... Ich rede nicht mehr heute. Ähm... Zeigen wir einen weiteren Film von unserem Season Special. Celebrating the Underdogs. Und hier sehen wir... Mit Underdogs meinen wir hier... So kleine verlassenen Kinder von den armen Vierteln von London. Und zwar zeigen wir... Attack the Block. Yes! Nicht mein Block, sondern Attack the Block. Ja, der macht auch mit. Genau. Ja, ähm... Ähm... Sci-Fi... Or-Komödie. Ähm... Wo es darum geht, dass... Eine Gruppe von... Ähm... Jugendgang... Oder der Londoner Gang... Die sind auch schon älter... Sie sind auch schon älter... Sie behaupten sich gegen... Sagen Aliens ähm... Der Haupttermin. Yes! Und im Kern selber... Aber halt auch die Thematik... Aufnimmt... Ähm... Mit der Diskriminierung... Und der Gesellschaft... Ja... Vor allem von den... Von den Jugendlichen dort... Oder die eigentlich nicht viel mehr zu tun haben... Als eigentlich umhängen... Bis dann alle die Aliens kommen... Und... Das ist der... Den haben wir ja schon mal geredet im Podcast... Ja... Und... Eins von den originellsten und... Visuell spannendsten... Alien Designs... Die ich gesehen habe in den letzten 20 Jahren... Minimum... Wirklich... Die sind richtig richtig geil aus... Freut euch auf diesen Film... Jason Boyega macht ihr noch mit... Der junge Mann, den man kennt als Finn... Aus dem neuen Star Wars Film... John Boyega... John Boyega... Entschuldigung... Ja... Aber äh... Ja... Da kann ich wirklich nichts dafür... Der Film ist cool gesehen... So... Gleichzeitig... Äh... Einer von den meisten umstrittenen Filmen... Da sind Leute wirklich rausgegangen... Und gesagt... What the fuck... Was für ein Scheiss... Oder... Oh wow... Ich habe ihn geliebt... Und zwar zeigen wir was... She is Conan... Genau... Ähm... Belgisch... Französisch... Luxemburgische... Produktion... Mhm... Und äh... Ja... Was will ich sagen... Es geht eigentlich um... Die Reinkarnation... Von einer Conan-Figur... Allerdings einer weiblichen... Und... Verschiedene Jahre... Und Jahrzehnte... Wo sie da durchschreitet... Mhm... Äh... Visuell wieder sehr sehr spannend... Sehr philosophisch... Aber es ist schon eher ein... Arzy-Farzy... Äh... Ähm... Ähm... Ja... Kunstfilm... Dementsprechend sicher nicht jedermanns Kino... Aber... Hey... Wir sind Fantastic Horror & Beyond... Und wir müssen auch ein bisschen... Sachen zeigen... Die nicht überall jetzt... Sonst... So gross... Äh... Zeigt wird... Und... Da haben wir gefunden... Der hat es absolut verdient... Zeigt zu werden... Wir gehen aber am Sexy... Gibt es wieder Premiere... Und zwar... Auch ein neuer Film... Den wir zeigen werden... Im... Das ist einer der letzten Filme... Der dazukommen ist... Das kann ich auch schon mal dazu sagen... Am Sexy... Zeigen wir dem Excelsior... Stop Motion... Richtig... Ähm... XX... So viel dazu... Ist gerne schön... Haben wir noch nicht viele Texte... Vom Robert Morgan... Genau... Ähm... Du hast nicht viel mehr dazu, oder? Nein, nein... Zeigungslehre... Das ist natürlich schlecht... Nur Tolles Horror Next Level... Genau... Und ein bisschen aus... Bei ihren Zuhaimen... So... Kann man das glaube ich... Zusammenfassen... Zieht doch unbedingt mal... Das Titelbild rein... Ich finde das ist... Hugeil... Das ist ein richtig geiles Poster... Und äh... Ein ganz wilder Film... Den wir hier haben... Gleichzeitig am Sexy... Läuft der nächste... Official Competition Film... Im Odeon... Und... Auch das... Eine Premiere... Auf vielerlei Hesicht... Erst ist er noch nie... Gross gezeigt worden... In der Schweiz sowieso nicht... Europa auch fast nirne... Und... Dann ist es... Der erste Horror Film... Aus der Mongolei... Oh mon dieu... Ja... Und zwar... Mongolei wo man ja... Sehr viel Französisch redet... Äh... Ja... Und zwar ist das... Aberance... Ähm... Lies mal schnell vor... Liest man im gleichen Atemzug... Horror Mongolei... Muss man erst die Lesebrille richten... Und den Satz nach einmal beginnen... Ja... Ist richtig... Ist mir auch so gegangen... Aberance ist der erste... Mongolische Horror Film... Und wir sind entsprechend stolz... Ihn euch präsentieren zu dürfen... Ähm... Wenn ihr es so richtig gesehen habt... So... Ein bisschen eine Art... Ähm... Backwards Horror Film... Einfach... In der... Mongolischen Pampa... Ja... Es geht eigentlich um... 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 Um ein Pärchen... Das in ein Haus geht... Und... Irgendwie der Nachbar... Der passt nicht so richtig... Und dann passieren komische Sachen... Eben... Es ist... Es ist... Ja... Ja... Ähm... Einfach hat... Ein paar von den abgefahrensten... Kamerideen... Äh... Vom ganzen Festival... Vielleicht sogar von dem Jahr... Mhm... Das hat mir sehr, sehr gut gefallen... Ähm... Jetzt eine Geschichte kommt so... Ja... Wir kennen... Die liebte Filme schauen, wie wir das alle hier sind. Die haben vielleicht die Story und das schon mal gesehen. Vielleicht zuteil sogar auch schon aufwendig oder grösser. Aber wir haben auch gefunden, hey, wir müssen dem Film eine Chance geben. Vor allem der Regisseur, der Kameramann, was die hier bringen, das ist wirklich... Also für die Leute, die hier auch technisch interessiert sind, eine absolute Masse natürlich. Und auch der kämpft um den Eye of the Beholder-Preis. Dann, um halb neun Uhr geht es weiter in den Kinos. Und zwar haben wir hier gerade eine Trejo-Pack. Jetzt wird es ganz spannend. Und zwar zeigen wir das erste Mal im guten alten Excelsior Premiere. Der verstartet an diesem Tag, der Film. Und der ist auch wieder sehr Beyond. Aber der ist von unserem lieben Stefan Filatti, einem Betreiber der Kinos. Er wurde auch schon gesehen an der Trading Show. Und er hat gesagt, wow, das ist ein richtig dirty Film, den wir immer bringen. Das ist cool. Das war eigentlich so seine Wahl. Und wir sind alle davon begeistert. Love, Lies, Bleeding. Genau, Love, Lies, Bleeding. Zum Lugo, der Leiterin eines Fitness-Centers, aus Mexiko. Die sich in Jackie verliebt. Eine Bodybuilderin, die auf dem Weg nach Las Vegas ist. So eine Mucki-Show. Wo sie dann ihre Hände zeigen. Genau. Und wie gesagt, sie können sich verlieben. Und der Antrieb von Steroiden träumen sie vor einer gemeinsamen Zukunft. Aber Lies wird auch von alten Problemen aus der Vergangenheit eingeholt. Richtig. Soweit. Genau. Kristen Stewart macht mit, oder? Weil ja immer wieder so, das ist doch die mit einem langen Gesicht, oder? Aus so einem Twilight-Film. Aber ich glaube, die hat wirklich schon mehrmals bewiesen, dass sie tatsächlich mehr kann als das. Und in diesem Film wird sie das noch mehr zeigen. Soviel sei versprochen. Und ja, ein wilder Film. Ist von der Regisseurin. Das ist der zweite grossen Film. Von der Regisseurin, der zum Beispiel Saint Maud gemacht hat. Den wir alle sehr, sehr geil gefunden haben. Von dem ist es sicher ein Blick wert. Dann zeigen wir im Odeon gleichzeitig einen serbischen Film. Mhm. Also serbisch, griechisch, bulgarisch und montenegro-kroatische Produktion. Also ein bisschen vor dem Krieg. Schon fast, ja. Ja. Working Class Goes to Hell. Über den habe ich es nicht allzu viel gefunden. Regie geführt hat er Mladen Djordjevic. Und das geht mehr oder weniger darum, dass Arbeiter von einer Fabrik, die geschlossen worden ist, sich am Übernatürlichen bedienen zu ihren eigenen Zwecken. Genau. Das kann ja nie gut gehen. Weiss man ja. Nein. Ist ein sehr politischer Film. Ähm. Ist so ein bisschen eher ein Brainer. Hat aber durchaus auch noch einen Moment, die dann absolut passen zu unserem Festival. Da hat Nitzka Glasa Ida Upoakao, wie man ja im Original heisst. Das habe ich sicher perfekt ausgesprochen. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Da haben wir lange diskutiert. Aber wir haben gleich gefunden. Das ist genau so ein Festival. Denn so ein Film braucht auch seine Bühne. Und darum geben wir ihm die Gang dieses Jahr. Gleichzeitig allerdings am 8 Uhr geht es los. Und hier könnt ihr mit eurem Bass für 25 Fr. Aufpreis ins Salzhaus übertingeln. Das ist 3 Minuten, wenn überhaupt, von Wechseltsjahr entfernt. Und vielleicht 8 Minuten vor dem Odeon, wenn ihr sehr langsam läuft. Das ist also gerade neben dran. Und zwar zeigen wir dort Suspiria Magento live vertont von Goblin. Jawohl. Glaudio ist immer nettes Goblin. Die wahrscheinlich eine der hinflussreichsten und wichtigsten Bands, Musiker vom Horrorfilm aus den 70er, 80er Jahren und auch immer noch in Hütten unterwegs. Und die werden das live auf der Bühne spielen sie, das Gore zu Suspiria. Und anschließend, wenn der Film fertig ist, spielen sie noch ein Best-of-Set von all ihren Filmen, die sie gemacht haben. Mit Magento, Bravo, Fuji und so weiter und so fort. Ein absoluter Knüller. Leute, die kein Tagesticket oder kein Festival-Bass haben, die zahlen 50 Fr. Und alle anderen 25 Fr. Unbedingt dazu buchen. Vor Ort könnt ihr ihnen einfach euren Bass zeigen und dann ist das okay mit dem vergünsteten Bild. Die Platzzahl ist auch hier natürlich beschränkt. Ich würde euch sehr empfehlen, hier möglichst schnell zu buchen. Dass ihr sicher ein gutes Plätzchen findet und überhaupt noch reingelassen werdet. Weil das ist sicher etwas... Wir haben einfach gefunden, hey, es ist doch irgendwie fast zu einfach langsam. Die hunderte von Stunden, die wir in unsere Freizeit investieren für dieses Festival. Komm, anstatt immer nur einen Film zu zeigen, ist doch lame. Machen wir doch gerade noch ein Konzert innerhalb dieses Festival. Ja, seh nur mehr, da sind wir. Es wird wild. Das kann ich versprechen. Aber, am 11 Uhr kommen wir gleich nochmal einen Film schauen. Der letzte vom Tag. Und zwar im guten, ehrfürchtigen, ehrwürdigen Exelsjahr. Exelsjahr. Der New York Ripper. Genau, New York Ripper. Basiert auf einer wahren Geschichte. Also in den 70er Jahren. Ja, wo New York, sagen wir so, das Reiseziel von jedem, ich sag mal, Unterweltmensch gesehen ist. Dort hat er Drogen, Prostitution, Gewalt geherrscht. Also noch das alte New York. Mhm. Und dort hat es Mr. David Bergowitz gegeben, der die Frau verletzt, misshandelt und ihn mordet hat. Unwillkürlich. Und auf dieser Geschichte hat er Fulgi... Willkürlich. Ja, willkürlich. Das habe ich nicht gesagt. Unwillkürlich. Unwillkürlich. Ah, gut, vielleicht hat er schon irgendwie... Ah, das Wasser ist ausgerutscht, sorry. Ah, es kann ja mal ein Unfall passieren. Absolut. Und da hat er gute alte Lucio Fulgi daraus eine Geschichte gemacht. Ja. Alte Mörder, der dann mordet, von der Bräule C gesührt wird. Das ist ein klassischer Spiel. Mhm. Und dann daraus eine spannende Movie-Zeit. Correctamente. Wo wir auch mal wieder bei der Tradition wären, ein Fulgi-Film gehört rein ins Programm. Ja, da haben wir gefunden. Komm. Und wir haben jetzt ja auch ab und zu mal gehört, ja, Slasher, wir müssen doch ein bisschen mehr wieder bringen. Was ist denn da los? Ja, das merkt ihr, wir haben schon wieder ein paar dabei. Mhm. So. Wir gehen in den Freitag, am zweitletzten Tag, wo auch wieder einige crazy Highlights wird, äh, ja, zeigen. Und wir beginnen wieder an, am 11. Ähm, mit beiden Kinos zeigen wir wieder ein Competition-Film. You'll Never Find Me haben wir schon darüber geredet. Der läuft am 11 Uhr im Excelsior. Das ist der, der am ersten Tag, am Mittwoch schon läuft. Aber ein weiterer, ähm, äh, ja, Competition-Film zeigen wir am 11 Uhr im Odeon. Best wishes to all. Jo. Jo, genau. Äh, japanische Produktion, brandneu. Mhm. Vor diesem Jahr. Liebe. Mhm. So wie kann ich schon von Orten. Also, mal schnell vorlesen. Eine junge Krankenpflegerin aus Tokio kehrt zu ihren Grosseltern in die ländliche Heimat zurück. Merkwürdiges beginnt sich in der Abgeschiedenheit zuzutragen. Und bald wird das Verhalten der Grosseltern immer obskurer und beängstigender. Tönt schon fast nach The Wizard. Aber gut, in eine andere Richtung. Aber ist, äh, absolut, der ist wirklich creepy as fuck. Mhm. Sehr, sehr geiler Film auch. Äh, das kennt die Asiaten halt. Sie haben eine andere Art für, äh, gefürchige Sachen. Das ist richtig. Und, äh, was ich vielleicht vorweg nehme. Wir werden wieder Q&As haben. Mit den Competition-Filmen. Und, äh, am Samstag noch miteinander, mit anderen Leuten. Äh, live vor Ort. Kommen wir dann nachher noch dazu. Aber, bei den Q&As werden wir es das Jahr so machen, dass wir sie wirklich nach dem Film werden haben. Sprich, man kann dann wirklich sitzen bleiben. Und dann nach dem Film auch wirklich ins Detail über Szenen reden. In der Vergangenheit haben wir es immer vorher gemacht. Da konnte man nicht so viel verraten. Es war eher wie ein Einheizer. Ja. Das Jahr machen wir es nach dem Film. Ähm. Wir haben noch nicht vor allem, ähm, ja, die Bestätigung. Eben auch wegen der Zeiten und so, oder? Aber ich denke, das wird wieder wunderbar klappen. Und, worst case, haben wir dann einfach ein cooles Videospiel, wo wir dann die Filme machen. Dahinter ein bisschen zu Wort kommen lassen werden. Genau. Viertel Mainz geht weiter. Im Excelsior. Wieder mit einem neuen Film. Wieder mit einer Premiere in der Schweiz. Meinti. Was zeigen wir dort? Destroy All Neighbors. Yes. Genau. Wir waren hier. Also es ist der Williams, ein Pop-Rock-Musiker. Musiker. Musiker. Der Untechnico. Et cetera, der hier eine Alpermuse bringt, komponiert. Sein Meisterweg. Ja. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. Und, ähm. Irgendeine Probleme kommt mit seiner Freundin, seiner Mause. Da bin ich ganz rausgekommen. Und dann zieht noch bei ihm, der Vladi. Der irgendwie so Vorfahren hat. Le Prechant, wie ich sie gerne nenne. Mhm. Ein kleiner irischer Gobolt, der zum Teil auch bei UFC und so kämpfen. Ja. Richtig. Oder an Filme drehen. Ähm. Und Whisky verkaufen. Und er hat sein Leben dann noch mehr zur Sau gemacht. Sag ihm das einmal persönlich. Sag ihm das einmal persönlich. Sag ihm das einmal persönlich. Hey, denk dran. Denk dran. Der Hill kann auch inken. Das ist richtig. Ah! Nicht jetzt. You would my moon. You rat. Ja. Das ist auch ganz neu noch reingerutscht. Weil tatsächlich hat, ähm. Einer von den Verleihern hat einen Fehler gemacht. Wir haben einen anderen Film eigentlich gehabt. Ähm. Und der ist jetzt nachgeruckt. Aber nichtsdestotrotz absoluter Blick wert. Der hat eigentlich alle köstlichst amüsiert. Bei uns im OK. Gleichzeitig läuft aber, ja. Tatsächlich ein von meinen all-time Lieblings, äh. Horrorfilmen. Das kann man schon mal so sagen. Was zeigen wir dir am Viertelbeins? Ja. Der alte, klassische The Wicker Man von 1973. Mit Christopher Lee, Britt Eklund und noch ganz, ganz viele anderen. Wir haben eine ausgehoben Folge dazu gemacht. Echt? Kann man auch sehr empfehlen, wenn man den Film noch nicht sieht, den dann im Kino schauen und nachher unsere Folge hören. Yes. Ich glaube, ihr könnt wunderbar für die Nacht sein, zum Einschläfeln. Absolut. Zum Beispiel. Äh. Nein. Top-Film. Also wir sind ja... Ich glaube, alle von uns, die den jeweils zum ersten Mal gesehen haben, zum ersten Mal schauen, sind wir alle aus der Wolke gekommen. Weil der wirklich total geht. Ja, ich glaube, er hat ja beide gute Bewertungen gegeben. Ja, ja. Ich kann, glaube ich, auch Fünfer geben, wenn es mir recht ist. Ah, alles richtig gemacht. Ja, nein, der ist so... Toll. Toll, 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 toll. Und irgendwie... Er hat einfach einen Charme. Und der hat noch so früh Nachmittag. Mhm. Sackstark. Und dann mit der Sing-Sang-Musik die ganze Zeit. Ja. 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 Nein, ich weiss auch schon, wo ich dort sein werde. Und wo ich das Royal Labels auch toll finde. Also, ah, fuck. Ja, gut. Ja, schwierig, gell. Aber wenn euch ein Lieblingsfilm läuft, hast du ja... Am halb... 5 Uhr läuft nochmal... Ähm... Ich glaube, das ist der letzte jetzt. Jetzt sind wir alle 5 Uhr, oder? Von der Official Competition. We are Zombies im Excelsior. Ja. We are Zombies. Ähm... Kanada-Frankreich-Produktion. Mhm. Ähm... Dementsprechend auch Frankophonen, wenn ich das gerade lese. Yes. Und ja, es geht um viel... Plitium und Noss. Und Molupta, Tontia. Ist das normales Französisch? Cheba. Ah oui. Cheba. Ich komme nicht raus, was steht. Das ist, äh... Das ist, äh... Warte, äh... Ich kann das gerade sagen. Wo bist du da im Text? Äh... 14. Gut, ich kann es auf Google schätzen. Das ist noch das Polit... Ja, okay. Da haben wir noch keinen Text in diesem Programm. Sorry. Also, ich... Ich fasse es zusammen. Ähm... Es geht eigentlich um junge Filme machen. Und finden, hey, wir machen hier... Wir wollen hier Horrorfilme machen. Wir wollen grossen Durchbruch schaffen. Das Problem ist... Sie sind halt jung. Sie haben keine Erfahrung. Und äh... Wissen nicht so genau, was läuft, oder? Aha. Ja. Aber... Äh... Abends hat man einfach Glück im Leben. Oh, warte, nein. Scheisse. Jetzt halte ich gerade verwechseln mit einem anderen. Sorry. Ah, Mann. Also, es ist... Ah, Gott. Ey, ich bin wirklich übernächtig. Es tut mir leid. So. Post-Apokalypse nach Zombie-Ding. Und Zombies sind eigentlich ganz normale Leute. Das ist so, wie wenn bei uns Tauben auf der Strasse rumlaufen, sind es dort Zombies. Ja. Mhm. Aber... Ähm... Da gibt es ein paar, die einfach schnell Geld machen wollen mit Zombies, weil die kann man wunderbar benutzen für so komische Sachen. Ähm... Wie hat er geheissen? Turbo-Kit, oder? Ich glaube, so hat er geheissen. Schnell schauen. Ja genau. Turbo-Kit. Haben wir auch schon gezeigt. Aber Double-Feature. Also äh... Ziemlich wilde Filme sind das. Und auch hier wieder sehr geile Effekte. Und äh... Sehr abstruser Humor. Und ein paar wahnsinnig lustige Ideen. Und äh... Ich sage nur... What are you? Somaphob? Also auch sehr viele lustige Momente auf die aktuelle heutige Zeit. So. Gleichzeitig zeigen wir aber ein Doku im Odeon. Genau. Satan Warns You. Ähm... Von 2023. Eine Dokumentation über äh... Die Zeit der Satanic Panic in den 1980er Jahren. Mhm. Ähm... Die auf den Memoiren von einem Psychiater. Oder von einer Psychiaterin. Und äh... Ja... Patientin. Beruht. Ähm... Wo es eben darum ging, äh... Ähm... Ja... Die ganze Satans Anbätung. Oder dann eben die Therapie davon. Da haben wir es ja auch schon ein bisschen äh... Mal mit dem Robin Rehmann davon gehabt. Wo der bei uns war. Wo es... Äh... In der Schweiz. So Sachen ein bisschen... Ähm... Angegangen worden sind. Ich nehme mal an. Das wird ein bisschen auf einen ähnlichen... Äh... Äh... Auf einen ähnlichen Konsens rauslaufen. Aber hey. Cool. Mal wieder eine Doku. Am, ähm... Broco. Das hat bis jetzt eigentlich immer sehr gut funktioniert. Tja. Wieso nicht? Satan Warns You. Richtig. Und dann sind wir schon beim Sexy-Programm. Und wir starten im Excelsior. mit einem Film aus unserem Season Special. Und das ist wirklich ein Film, der ist aus dem Nichts gekommen. Und der ist im Moment wieder mit Preisen überhäuft, kann man sagen. Und uns hat er auch weggeblossen. Also unsere Leute, die vor allem für das Season Special zuständig sind, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm... Die haben äh... Riesenfreude an diesem Film. Und wir alle eigentlich auch. Und zwar... Wie heisst das? Liebe... Genau. Genau. Weil sie finden das einfach nicht in Ordnung. Oder? Aber sie muss halt. So stirbt sie. Genau. So beziehs halt der Teufelsgeist im Rohr. Mhm. Wahnsinnig geile, äh... Radgebensweise finde ich. Und es ist sehr, sehr, sehr herzig. Und sehr geil inszeniert. Es ist ein Spielfilm-Debüt von der Regisseurin. Ah, und Louis Cez. Genau, Louis Cez. Auch wieder Kanadierin? Ah, haben sie mit Kanada, oder? Auf allem Louis Cez, oder? Louis der 16. Das ist irgendwie ein geile Name. Ja. Voilà. Das, äh... Unbedingt empfehlen. Praktisch gleichzeitig aber eine halbe Stunde versetzt auf Sonderwunsch von unseren lieben Kollegen von der Kult-Movie-Gang am Halb-Sydney. Sie präsentieren die Invisible Maniac. Genau. Entschuldigung, aber da muss ich jetzt schnell die IMDb-Beschreibung vorlesen. Okay. Also, ähm... Horror, Science-Fiction, Komödie. Und da steht einfach, ein unsichtbarer Wissenschaftler flieht aus einer Anstalt und unterrichtet nackte Teenager in Physik. Äh... Perfekt. Was war das? Perfekt. Da merkt man, ein Film, den wir auch heute noch so rausbringen können, ohne Probleme bekommen, das ist ganz klar, ist ein spezieller Film, aber wird natürlich wieder für eine riesen Stimmung sorgen. Ich glaube es auch. Also... Entweder eine feinfühlige, coole Komödie, oder einfach Haut-drauf-Komödie. Wir haben wieder mal die Qual der Wahl. Ähm... Halb neun in denen wird es schon wieder ein bisschen komplexer, weil wir zeigen nochmal Last Draw. Haben wir ja schon darüber geredet. Das ist auch wieder Official Competition, das ist die zweite Vorstellung. Gleichzeitig zeigen wir aber auch als Season Special, weil das passt absolut für Celebrating the Undertalk, weil mehr zelebriert wird selten ein Undertalk. Rocky Horror Picture Show. Let's do the Time Warp again. Ja, ich glaube, ich weiss nicht, Tim Curry in einer seiner Paradenrollen, neben Pennywise sicher. Und einer der kultigsten Filme aller Zeiten, gerade im Kino. Das kann man schon sagen. Bekannt auch durch seine Vorführungen, wo irgendwie Reis, Wasserpistole und Züngersachen sind. Also vor allem von dieser Art ist es auch eines der absolut kultigsten Musicals, weil dort gibt es das wirklich sonst nicht. Bei Kinofilmen gibt es das ja noch öfters, dass mal irgendeinen Löffel geworfen werden oder irgendeine solche Sachen. Gibt es schon in ein paar Filmen, aber in einem Musical ist das sehr selten. Und da ist es in beidem. Also im Kino wie auch im Musical, das ist ja so eine wilde Nummer. Ja, halt auch von den Songs her. Die packen die, das ist einfach Rock'n'Roll from outer space. Absolut. Also ich würde euch wirklich darauf freuen. Und ich kann euch so viel auch schon sagen. Ich glaube, dort werden ganz viele Leute, die dürft euch mal richtig wild anziehen. Sucht euch mal nach Fotos von dem. Das ist absolut der Wunsch, dass ihr da so kommt. Und wir haben auch schon für den nächsten Tag, haben wir auch schon eine Putzkolonne bestellt. Weil wahrscheinlich wird der Saal nachher ganz schlimm aussehen. Aber das ist so zu wert, wir freuen uns mega drauf. Aber kein Wasser auf Technik spritzen, da hört es auf. Nein, nur auf Menschen. Das ist okay. Und dann noch Wasser. Und dann, ausser es ist beidseitig. Am halb elf Uhr geht es weiter mit einem Film. Und dann, ich habe auch schon darüber gesprochen. Und ich glaube, die Horror-Leute unter euch kennen ihn. Davon habt ihr schon gehört. Und habt ihr vielleicht noch nicht gesehen. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, den auf der Grosse Eimer zu sehen. Sicher einer der spannendsten Horrorfilme der letzten Jahre. Und vor allem einer der spannendsten Regisseure. VanEvilurks. Genau, VanEvilurks. Ah, jedenfalls haben wir zwei Hinterwäldler geblieben. Hier haben wir es. Pedro und Jimmy. Die zusammen auf dem Bauernhof leben. Und einen besassenen Eiterhaufen finden. Genau. Und meinen, ja, mit der Flinte einen drauf geben. Was sich dann so ziemlich als Katastrophal entpuppt. Yes. Der Regisseur ist fantastisch. Ich habe neulange über Terrified geredet. Sein Spielfilm-Debüt eigentlich. Und auch der hier, also beide. Wirklich, wirklich wild. Ich habe ja schon mal gesagt, das ist der Regisseur, den ich sehr gerne hätte für die nächsten, ähm, nächsten Evil-Dead-Filme. Demian Rougnaar. Demian Rougnaar. Ja, genau. Allerdings ist es jetzt ein anderer geworden, aber auch ein toller, den wahrscheinlich der nächste Evil-Dead machen wird. Aber nichtsdestotrotz ein ganz toller Film. Gleichzeitig läuft da etwas, da sind wir jetzt wirklich im Fach von Fantastic Horror and Beyond. Ganz klar, nur in Beyond. Aber es musste einfach sein. Wollen wir es arbeiten? Wie oft habe ich schon hier drinnen über einen Film von Quentin Dupieux geredet? Immer. Richtig. Und sein neuestes Weg, wobei ehrlich gesagt, bis das Wessel anfängt, hat wahrscheinlich Nummer 4 neue Filme gemacht. Er ist ja wahnsinnig drauf. Wir zeigen welchen Film. Dali. Mit 6 A, ganz wichtig. Ja, etwa so, sonst findet man den nicht. Letztes Jahr rausgekommen, geht um einen französischen Journalisten, der doch eigentlich Ausnahmekünstler vor allem, was die Exzentrik anbelangt, Salvador Dali trifft und ein Dokumentarfilmprojekt über ihn will machen. Und wer sich ein bisschen mit Salvador Dali auskennt, weiss, das wird nicht ganz so einfach und das werden ziemlich heftige Nummern, weil dieser Typ war ja wirklich durchberaut, das ist unglaublich. Also so viel Talent, so wahnsinnig war er auch. Ja, das stimmt. Also ich war ja in seinem Geburtshaus und im grossen Museum von ihm, wo er auch begraben drin ist. Ah, geil. Also ja, mehr oder weniger. Ich habe das damals einfach nur noch krank gefunden, aber ich war irgendwie 12 oder so. Ja, das würde ich heute vielleicht auch nochmal ein bisschen anders sehen. Heute würde ich sagen, der ist total crazy, aber... Eigentlich wie der Grund, und darum eine perfekte Kombination. Und ich sage nur so viel, der erste Auftritt von Dali, also er wird nicht in die Filmgeschichte eingehen, aber in meinem Herzen geht die Filmgeschichte ein, weil das ist wahrscheinlich einer von den coolsten Auftritten ever. Ich sage nur als kleiner Hint, in welche Richtung es könnte gehen, denkt an den Anfang von Spaceballs und das Raumschiff von ihnen zu liegen kommt. Oh. So. Dann haben wir noch ein Film an diesem Tag, und zwar, in welcher Jahreszeit gehen wir auf den Schlitten? Genau, Schlitten. Also, von Pierre Mouget aus Grand-Range. Am 1 Uhr morgens. Am 1 Uhr morgens. Äh, oui. Am 1 Uhr. Es ist Freitag, hey. Chillen Sie mal. 23 Uhr, wo Lucas in seiner Kindheit in seiner Kindheit mit seiner Zülle wie sein Vater seine besten Freunde überfahren hat mit einem Schlitten in den Rollen. Das ist richtig. Und dann halt entsorgt hat, wie das halt so auf dem Land passiert, oder? Du meinst. Ja, mal ist ja mal gemacht. Vielleicht eher, wie du sagst, es ist halt ein Schlitten, ein grosser, für Holz transportieren und so. Und, äh, es ist nicht so ein Rodelschlitten oder so. Genau, ein Arbeiter-Schlitten. Ja. Äh, ja und ja, später geht Lukas wieder zurück zu seinem älteren Haus, weil sein Vater dort verstorben ist. So ein Mann hinterlachen, er hinterlassen, schafft es aufräumen und trifft dann dort auf seinen Nachbarn. ein Buchbuch. Ähm, wo dann aber nicht so, ich sag mal, das tolle Weitersehen ist, sondern halt eher so das Gegenteil. Kann man sagen. Yes. Genau. Geiler Film, ähm, sehr wilder Film und ein paar richtig, richtig schöne Effekte. Das können wir euch versprechen, hat vielleicht einer von den geilsten Effekten des Festivals. Ja. Dann, Hand gemacht, selbstverständlich. Dann gehen wir ins Samstag und das ist meistens eigentlich am Freitagnachmittag von mir zu schauen. Ich dachte, nein, es ist ja fast wieder durch. Fuck. Aber Samstag ist dann definitiv so, aber noch nicht. Wir haben noch ein ganz geiles Programm für euch. Äh, am 11. in beiden Kinos zeigen wir Competition-Filme. Nochmal We Are Zombies und Aberrants. Von dem werden wir nicht mehr darüber reden. Viertel ab 1 im Excelsior starten wir mit einem Film, was heisst es? How To Kill Monsters. Richtig. Ich bin gerade am Suchen. Ah ja, ich gehe hier rauf und ah, du hast mir so How To Kill Monsters. Und Stuart Sparky. Ja genau. Ja. Ich sehe einen kleinen Mann in einem Mädchenkostüm in der Kette sage. Das ist schon mal... Muss länger. Muss länger. Muss länger. Ich habe schon schlechtere Storys gehört. Ja, also es ist einfach eine Invasion auf eine Polizeistation. Ja. Und Jamie kämpft, muss überleben in einem politischen Masakou. Irgendwelche grusigen Monstern und äh, ja. Es ist ja... Es ist auch sehr, sehr witzig auch wieder. Aber durchaus auch glitschig. Es macht Spass. Gleichzeitig läuft ein Film, für den habe ich ein bisschen gekämpft und dass das gezeigt wird. Weil, äh, den habe ich persönlich auch wahnsinnig cool gefunden. Auch wenn er ultra langsam ist und eigentlich... Eigentlich ist er gar nicht so... Aber ich liebe ihn gleich, weil er hat halt etwas, was ich liebe. Das sind Puppen. Puppen sind einfach geil. Ich meine nicht Puppen so wie man sie so... Ja genau. So regt oder so. Auch nicht so Gummipuppen. Nein, Hill. Sondern ich meine halt ein Viech, das gemacht ist wie eine Marionette. Mhm. So. Und zwar ist das was? Also der Film heisst Le Wurdalac. Mais oui. Eh gut. Ah oui. Ähm. Ist eine Produktion von Frankreich. Wäh? Wie Adrien Beau. Oui. Sacré bleu. Und er spielt zu einer anderen Zeit. Mais oui. Geprickelt in meine Bauchmarin. Mit in die... haben wir die Hauptfigur der Marquis D'Orfais. Ein edler Abgesandter von die französische Roi. Le König. Ja. Ja. Er hat sich in einem feindlichen Forêt im Wald, Entschuldigung, meine Deutsch ist ein bisschen schlecht heute, verirrt und findet Zuflucht bei einer fremden Familie. Ogu? Ah, la famille. No, famille. Wie le père, la mère et le souris. Okay, also auf jeden Fall geht es um den ersten Vampir quasi und es ist ein Kostümschinken aber der Vampir, ich sage euch, so habt ihr einen Vampir noch nie gesehen und dann das Ganze mit Französisch, wenn ihr redet, es ist einfach nur, ich bin wirklich dort gehockt, ich habe ihn geliebt, ich liebe ihn wirklich, die Figur und hat auch eins der coolsten Posten meiner Meinung nach von diesem Jahr. Dann, am halb vier Uhr, wie jetzt ein bisschen wilder, da muss ich vielleicht ein kurzes Vorwort dazu geben und zwar zeigen wir uns Los Violadores oder Mad Foxes und das ist ein Schweizer Exploitation Film. Moment, Schweizer Exploitation Film, das haben wir ja noch nie ausser einmal gehabt. Richtig, aber das ist doch richtige Exploitation Film. Ich sage nur, Kurt Eschbach war Kameramann bei diesem Film, unter anderem, ja, ist kein Witz. Der Eschby. Der Eschby. Der Eschby. Nein. Altes Haus. Ich schwöre bei allem. Und wir werden hier, es ist ganz gross, es ist einfach Rachenfeld, weil einer wird umgebracht von einem Motorradgang und einer schwört auf Rachen. Rache, die beiden kommen nicht. Genau, nicht einfach irgendwelche, das ist richtig, ja. Hey, und der Film ist natürlich pures Trashgold. Vor allem, wenn man noch weiss, dass es alles Schweizer oder Schweizer Produktion ist, Musik auch, Schweizer, Rock, Metal und so weiter. Und wir werden hier anschliessend, oder vorher, das ist noch nicht ganz definitiv, werden wir noch quasi wieder Podiumsdiskussionen haben mit Leuten, die der Film zu antworten haben. Wer das wird sein, das werdet ihr noch früh genug erfahren, aber es wird richtig, richtig nice. Aber der Göll hat hier auch nicht Musik gemacht? Nein, sonst hätte man nicht gesagt. Nein, 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 den hassen wir alle. Klar, er hat ja kleiner gepasst. Ja, wir haben im Fall eine kleine Randanekdote. Wir haben geschaut wegen Lanyards, wo wir wieder unsere Bässe dranhängen können. Und wir haben immer gefragt, vielleicht können wir mal eine andere Firma aus mir, eine, die etwas spezieller etwas machen kann. Und dann haben wir uns so ein bisschen herumgefragt. Dann haben wir gefragt bei uns, einen lieben Kollegen von Kultmoviegaming, der es cool hat gemacht, weil die hat immer sehr schöne Lanyards. Wir sagen, du, etwas habt ihr eigentlich gemacht? Und dann schreibt so, äh, schreibt so, äh, schreibt äh, 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 oyni, gröימischön, mir zurück so, hey, lasst doch einfach nicht von der Geulen-Werbung von Graule ab, sie ist hier st dumm, weil der FirmaГ 베ama hat eine Firma nicht. und dann sage ich das so, also eben, es ist die und die Firma und zuerst, wo er sagt, oh nein, das ist doch die, die Göhlenwerbung macht, nein. Also, ich glaube, Göhlen werden mir nie irgendetwas zeigen, zum Glück. So, gleichzeitig läuft aber etwas anderes und vielleicht dem Festivaldirektor und mir ein kleines Highlight von uns. Jo, und zwar läuft er mal eine griechische Produktion. Ich sage es euch, Multikulti das Jahr, as fuck. Absolut, und dementsprechend weiss ich es natürlich nicht genau, wie man den Titel ausspricht, ob das jetzt Minor ist oder Minore oder irgend so etwas. Ja, einmal vom 2023 inszeniert vom Konstantinos Kuzoliotas. Genau so heisst er. Ja, es kommt irgendeine mysteriöse Kreatur an Land, in Griechenland und dort in dieser Hafenstadt gibt es dann verschiedenste Leute, die sich dagegen wehren irgendeine Truppe von Musikotouristen, Bodybuilder, Grossmieter und alles. Matrosen, das ist der Wahnsinn. Sie dienen sich zusammen und sie gerne alles. Und ich sage es euch, wenn ihr auch nur ein bisschen schon mal in Griechenland in den Ferien gesehen habt, es gibt die ganze Zeit wieder den Moment, wo du wirklich im Kinosaal am liebsten würdest, das ist ein bisschen nicht so Ziataki. Ziataki. Ziataki-Danzer. Obwohl das gar kein griechischer Tanz ist. Ah nicht? Nein. Das ist türkisch. Nein, das ist Anthony Quinn, der ja da getanzt hat. Das ist Amerikaner. Das ist aus dem Film Alexis Sorbas. Jawohl. Und das hat man für den Film entwickelt. Oh. Ziataki wird zwar mittlerweile in Griechenland auch getanzt, aber einfach weil man den Film dort so cool gefunden hat. Das ist kein griechischer Volksdanz. Da kann ich einen draufsetzen. Anthony Quinn, google das mal, der hat genau gleich ausgesehen wie mein Grossvater aus Kanada. Als er das erste Mal in der Schweiz war, er hat schon alle toll graue Haare nach hinten gekämpft und so. Da sind wir so, weisst du, da sind wir alles klar geschaut. Also St. Moritz und so. Da sind wir in einem Restaurant gesehen und dann haben wir immer Anthony gesagt zu ihm. Und es sind etwa 15 Leute zu ihm an den Tisch gegangen und haben auch den Kamm wollen. Weitere, da hat er noch geglaubt, Anthony Quinn. Alle gemeinten, es ist Anthony Quinn. Wie geil. Es war so lustig. Ja. So. Er hat aber wohl springen. Dann am 6 Uhr geht es weiter. Wir sehen es ja wieder mit einem Competition-Film Best Wishes to All. Ähm, und gleichzeitig läuft es sicher auch ein weiteres Highlight von diesem Festival. Von eigentlich den, wo noch gelaufen ist an diesem Festival, es war immer ein Festival-Highlight. Und zwar zeigen wir uns der abgedreidigste Filmmaschine vom Festival Hundreds of Beavers. Ja. Es ist der Wahn. Es ist der absolute Wahn. Also noch so, das Titelbild ist ja verdammt geil. Es ist wirklich Looney Tunes. Humor und Krüsse und alles. Aber mit echten Menschen. Und es ist einfach ein Dude, der seine Schnapsfabrik eigentlich schützen will vor Bandy von Beber. Die Beber sind wirklich Menschen in Beber-Kostüme. Und er verdockt sie wirklich Roadrunner, Wiley E. Coyote-Style. Und er ist auch anscheinend ständig betrunken. Ständig. Es ist wirklich dieser Film, Schwarz-Weiss und... Hey, es ist alles... Also es ist der abgedreidigste Film, den du je gesehen hast. Ähm... Aber ich glaube, da werden wirklich 108 Minuten lang die Leute Tränen lachen. Da bin ich fast davon überzeugt. Sehr geil. Dann am halb neun ist die Preisverleihung. Ähm... Darum starten dort noch keine Filme. Also sprich... Dort wird dann verkündet, wer hat gewonnen. Der Sponsor entankt. Und meint der andere vielleicht noch Hausverbot geben vom Publikum. Je nachdem, wie sie es auch haben. Ja, also sorry. Wenn es dort noch nicht passiert ist, dann wird er nicht mehr mit anfangen. Das ist wahr. Und vielleicht auch noch... Ja, kann es sein, dass wir noch... Dann hoffentlich... Äh... Dings... Live-Schaltung bekommen zum Gewinner-Film. Oder zu den Machen vom Gewinner-Film. Oder dass sie sogar vor Ort sind. Und dann nachher... Am 9. Ist eigentlich in beiden Kinos einer von den Star-Filmen von diesem Jahr, würde ich mal behaupten. Im Excel-Sehr zeigen wir anschliessend gerade... Vermin. Vermin. Oder im Festen, wie er mittlerweile heisst. Ah... Von Sébastien von Vonnise aus Francaiche und USDA. Oui. Ähm... In Frankreich breitet sich eine aggressive Spinnenart aus. Also nicht ähm... Wanzen, wie sie es momentan gerade haben. Sondern sonst würde Spinnen. Ähm... Und die terrorisieren dann natürlich einen Wohner. Und dann wiederum halt... Ja, mit dem Kameriker gegen die Vorgel. Also wirklich die beste Spinnen-Horror-Filme sind mindestens Arachnophobia. Es ist wirklich wahnsinnig geil. Also da könnt ihr euch wirklich darauf freuen. Es ist wirklich ein Fest für Creature-Feature-Fans. Wow, wow, wow. Und für Leute, die unter Arachnophobie oder also unter Angst vor Spinnen leiden, schaut das nicht. Es ist wirklich... Urgh. So. Gleichzeitig zeigen wir aber den letzten Film von unserem Season-Special und tatsächlich wegen dem Original-Plakat titelgebend die Farbe von unserem Festival. Wir sind ja Orange-Station unterwegs und das ist, weil auf dem Original-Plakat auch etwas Orange gesehen ist. Genau. Und zwar die absolut kultige Frisur von Frankensteins Braut. Yes. Oder Pride of Frankenstein. Den haben wir ja auch schon mal angekündigt, den du mal eine kleine Vorschau gegeben hast. Genau. Ist ja, glaube ich, der zweite Teil der Frankenstein-Reihe. Nein, das sind ja nachher noch ein paar mehr. Ja. Und natürlich wieder mit Boris Karloff als Monster. Und dieses Mal mit Elsa Lanchester. Finde ich noch geil, das habe ich nicht gewusst. Ihr Rollenname ist ja Mary Wollstonecraft Shelley. Und Mary Shelley war ja der Autor von Frankenstein-Biecher. Ja. Ein absoluter Klassiker, was das Look anbelangt. Und einfach, ich glaube, es war ziemlich die erste, so richtig, richtig prägnante Frauenfigur im Horrorfilm, glaube ich. Und wenn ihr denkt, hm, Danny Hopkins in Schweigender Lämo, der hat ja einen Oscar bekommen, der ist so kurz vorgekommen in Schweigender Lämo. Und trotzdem hat er so eine wichtige Rolle, in diesem Film. Ja. Dann ist die Braut von Frankenstein noch ein bisschen crazy. Wir haben auch alle nochmal nachgeschaut und, äh, ja. Also, wir haben schon grössere Rollen gesehen. Aber er ist doch cool, der Film. Ja, ja, klar. Und vor allem eben die ganze Background-Story, oder, mit dem ersten, offen, homosexuellen Regisseur von Hollywood, der das war, und so weiter und so fort. Da ist wirklich ganz, ganz viel Background-Story und, äh, genau. Da haben wir die tolle Wahl sicher auch. Und eben die Orangenhohe auf dem Plakat. Äh, das Orange haben wir eins zu eins übernommen für unsere, äh, ja, für unsere, äh, für unsere Visual, Key Visual, wenn man das so sagt. so. Dann, am 11. zeigen wir den Sinn im Exelsjahr. Der Sinn von Han Dong-Sou, Südkorea. Wer kennt ihn mit? Ähm, wo es darum geht, dass Sangrin Si-jung, ähm, Tochter von der Sea Old, äh, die nimmt die Hauptrolle in einem, äh, ja, halt, Low-Budget-Film. Der wird dreht in einer Anstalt, äh, meint die, also jedenfalls auf einem Gebäude, wo er abgeregelt ist. Mhm. Dann fangen Crewmitarbeiter an, sich vom Dach stürzen, stehen dann komischerweise wieder auf und greifen dann Crew, die anderen Crewmitglieder an. Yes. Und die sind halt, wie gesagt, gefangen. Survival-Horror auf dem Filmset. Was willst du mehr? Ja. Und wenn man etwas weiss von den Südkoreanern ist, wir kennen keine Grenzen. Voilà. Da kann man sich darauf freuen, freuen kann man sich aber auch auf ein wirklich, ja, ich würde jetzt sagen, vom Titel her sicher ein Klassiker vom Horror-Genre am 11 Uhr im Odeon. Jo, und zwar Bloodsucking Pharaohs in Pittsburgh. Jo. Also, sicher vom Aufbau vom Titel. Sehr, sehr klassisch. Also, da kannst du irgendwie mit Bloodsucking nachher einfach alles bringen. Du musst aber immer eine Stadt oder irgendeinen Ort oder etwas drin haben. Das ist ganz wichtig. Ja. Dann kannst du, weiss doch auch nicht, die blutsaugenden Dackel von Hintertuckingen bringen. Klassisch. Das checkt jeder, um was es geht. Da ist es aber zwei Polizisten und die Tochter eines Detektivs jagen einen Kettensägenmörder. Yes, yes, yes. Also, ja. Von 1991. Das müssen wir natürlich auch sehen. Ja, wieso nicht? Aber eben gleichzeitig der Sinn. Also, eher mit einem komödiantischen Auge und eher mit einem brutaleren Auge. Also Sinn und Sinnlosigkeit. Kann man sagen. Sehr schön, ja. Dann. Die letzten zwei Filme, die laufen nur noch, wir sehen es ja. Und, zuerst zeigen wir alle nicht das Blatt. Das ist übrigens der Film, den ich vorher dummerweise angefangen habe zu reden. Das tut mir mega leid. Und zwar eben, zwei junge, äh, die wollen, äh, einen Film drehen. Aber irgendwie ein Horrorfilm. Aber sie kommen einfach auf keine gute Ideen und solche Sachen. Und dann, oh, mein Vater ist plötzlich ein Zombie. Den drehen wir, benutzen wir doch in, äh, und drehen wir den Film. Der will vermutlich sicher auch keine Gage. Genau. Und Anna macht mit Mina Suvari. Bus. Yes. In einer absolut grossartigen Rolle, weil sie brauchen natürlich auch noch Gaststars. Und dann nehmen sie jemanden, der mega bekannt ist. Und, äh, ja. Sie nimmt sich selber sehr hoch. Sehr, sehr stark. Ja, das kann sie eben schon. Yes. Und wirklich eine absolute Komödie, hat aber ein paar richtig geile Effekte. Sagen wir mal, und am Schluss erinnert sie sogar schon ein bisschen an Braindead. So viel kann ich verraten. Es gibt eine Transformation, die in eine ähnliche Richtung geht. Ein wirklich wilder Film. Und ein herziger, so richtig schöner, so kurz vor dem Ende des Festival. Und apropos Evil Dead, das passt nämlich aus dem letzten Film, den wir zeigen, am halb vier, Evil Aliens. Und zwar nicht wegen dem Titel, sondern, ähm, ich sage nur so viel, ja, böse Aliens greifen an. Viel mehr wahrscheinlich nicht wissen zu diesem Film, ehrlich gesagt. Er ist auch ein älterer. Aber, was ich kann sagen, in Evil Dead, was dort noch der Handrasenmaier war, ist in diesem Film so die Rasenmaier-Maschinen, weißt du, die Traktoren. Also du meinst in Braindead, nicht in Evil Dead. Braindead, sorry, sorry, sorry. Natürlich Braindead, ja. Genau. Und da ist er so ein Traktor halt, so ein, wie haben wir diese Dinger? Äh. Tobi, wo bist du? Achso. Der, der dann Maier tut? Ja, der Maierdrescher. Genau. Immer wieder gerne. Oh, das gibt dir böses Mail von Tobi. Ja, Mann. Ja, und dann ist er schon gleich mal 5-Jahr-Morgen und Brugger24 ist durch die vierte Edition. Und äh, natürlich werden wir während dem Festival wieder ganz viele Möglichkeiten haben, gewisse Leute kennenzulernen und untereinander zu reden. Ich meine, geschaut, dass es immer schöne Pausen dazwischen hat, wenn man noch mal den Film nicht auslöst, oder? Ähm. Es wird wieder auch coole neues Angebot geben an den verschiedenen Spielorten. Äh, schönste Getränke natürlich sowieso und Essen auch wird es wieder wildes Zeug geben. Ähm. Es gibt... Äh, für die meisten, die werden jetzt sagen, hä, aber das Exelzio hat doch jetzt ein neues Saal noch. Zu zweit, der kleine Raum mit 20 Sitzfällen, da ist ja gar noch nichts dazu gesagt. Ja, das ist ja so, haben wir noch nichts dazu gesagt. Natürlich wird auch dort noch etwas passieren, aber was ist noch etwas eine Überraschung. Und ehrlich gesagt, wir sind noch nicht sicher, ob wir das dürfen. Und, äh, da sind wir noch etwas in der Arbeit dran. Ähm. Es wird wild auf jeden Fall. Und, es wird einfach eine crazy Nummer. Ich meine, wir haben wirklich mega viele Premieren, wir haben ein paar richtig geile Klassiker, ein paar Filme, wo wir gekämpft haben, hart gekämpft, dass wir sie bekommen. Äh, mit Goblin live holen in die Schweiz, das ist auch nicht gerade... Äh, also, so kommen einfach zahlreich und geben ganz viel Geld aus, dass wir irgendwie nächstes Jahr wieder stattfinden können. Und natürlich wird auch schon nächstes Jahr angekündigt, äh, hoffentlich. Ähm. Und ihr werdet auch immer in den Genuss kommen, natürlich, von unserem Sinnesis-Trailer. Ihr werdet in den Genuss kommen, vom Trailer zur nächsten, Doppelführtssaison, wo dann im August wieder losgeht. Und das ist, behaupte ich einmal, der beste Trailer, den Michel je gemacht hat. Also wirklich, ich glaube, spürst du, am Freitag oben werden alle immer jeder, in diesem Moment, der Trailer kommt, mitsingen. Es wird fantastisch. Ich hoffe es ist schwer. Singen alle mit. Die sind schön Stimmbänder, Öle, mit viel Bier. Und auch wichtig, Bruko hat auch Merchandise, T-Shirts, alles Mögliche, unbedingt einkaufen. Das Jahr wird es ein bisschen speziell sein. Das kann ich jetzt schon verraten. Weil, man bleibt immer auf Sachen sitzen, und es ist nicht immer so einfach. Wir werden, ziemlich zeitnah, wenn alles nicht mehr schief geht, werden wir wie einen Online-Shop schalten. Da werdet ihr dann aussuchen können, aus verschiedenen Arten, langer, also z.B. verschiedene Shirts, oder Pullis, oder Taschen, und dann einfach noch auswählen, welche Farbe und, welches von diesen verschiedenen Motiven wir haben. Wir werden sehr, 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 klassischere Hormedagen. Bis jetzt sind wir eher sehr klein gewesen. Die werden dieses Jahr etwas verreckter, etwas aufwendiger, das kann ich verraten. Und dann könnt ihr einfach ganz bequem das bestellen, und dann wird euch das nach Hause geschickt. Innerhalb von einer Woche ist es bei mir gegangen, weil ich habe schon mal Testbestellung gemacht. Letztes hast du es auch gemacht, oder auf Bestellung gedruckt, und nicht vorher? Ja, aber dort bei einer Kleindruckerei, und das mal ist es wirklich so, ihr könnt jederzeit bestellen. Also vielleicht immer sogar den Link schon vorher online stellen, vielleicht könnt ihr sogar schon mit den ersten Kleidungsstücken direkt ins Festival kommen. Wir werden aber sicher am Festival ein, zwei Varianten vorgedruckt haben, damit ihr es auch von Ort anschauen können, aber etwas garantieren, und die Qualität wird wieder sehr gut sein. Yes. Top. Ein bisschen teurer, aber dafür bessere Qualität. Ich meine, die habe ich auch immer noch gehabt. Also oder? Und ich meine, ich habe auch noch das vom ersten Jahr, das sieht dann immer noch perfekt aus. Es ist so, und ich kenne die Dinge wirklich viel an. Ja, ja. Weil auch wirklich die Qualität der Shirts ist geil, das finde ich relativ cool. Also das ist eigentlich nur gewonnen. Nein, das Jahr wird fantastisch, wir werden euch auch wieder vor Ort sein, wir werden euch vielleicht ein oder andere euch einmal fragen, wenn ihr es so findet. Und es wird natürlich, das können wir auch schon vorweg nehmen, knapp zwei Wochen nach dem Festival, weil wir brauchen dann eine kurze Erholung und noch Aufnahmezeit. Ich gebe jetzt natürlich auch ein Review dazu, zusammen mit unseren Kollegen vom Filmarchiv, das darf ich jetzt auch schon verraten, sie haben uns gestern dazu gesagt. Und dann könnt ihr euch darauf freuen, dann reden wir dann ein bisschen länger über das ganze Festival, und wie es dann gesehen ist, was cool war, was vielleicht verbessern könnte und so weiter. Und wir wollen, vielen Dank. Besseren? Wir haben ganz viele Sachen, die wir noch besser machen wollen. Ja, aber das müssen die Leute nicht wissen. Doch, doch, doch. Echt? So, freut euch auf jeden Fall, kauft euch so schnell wie möglich, eure Pässe sind dabei, wenn es ein Tagespässe sind, zwei Tagespässe, oder am besten gerade fürs ganze Festival, unterstützt das. Es ist wirklich sehr viel Herzblut drin, und sehr viel schlaflose Nächte, ich habe das heute schon gehört, wie ich geredet habe, es ist nicht nur der Alkohol, es ist wirklich, wie am 1 Uhr morgens habe ich plötzlich noch mal etwas gemacht für das Festival, wenn es hinzukommen ist, es ist wirklich kaputt. Und ganz wichtig, wenn ihr vorher wirklich am ganzen Festival zu bleiben kümmert, euch wirklich so schnell wie möglich um irgendwelche Hotelzimmer, Airbnbs und alles mögliche, weil es ist relativ viel stark besetzt. Ja. Und das ist schon sehr lange. Genau, aber wir können auch zum Beispiel nach Baden ausweichen, wenn in der Brug-Region nicht mehr ist. Also es hat ein paar Hotels, und Baden ist 5 Minuten davon, Zürich ist 25 Minuten davon entfernt, also es ist wirklich, ihr findet es schon eine übernachtes Möglichkeit. schaut auch die Airbnbs an, da gibt es ein paar Sachen, die doch recht preiswert sind und vorgeben. Genau, unser Partnerhotel ist das Centurion Tower Hotel, dort ist auch, wenn ihr euch per Mail oder per Telefon meldet, könnt ihr Brug aus sagen, dann bekommt ihr einen speziellen Rabatt auf euren Platz. Allerdings, das kann ich ja verraten, die meisten Hotels sind schon ausgebucht. Logisch. Und das ist schon lange. Ich habe anfangs auch mal geschaut, das ist schon das meiste weg. Das ist geil. So macht es Spass. Und wir freuen uns, wir hoffen, wir sehen uns dort. Und bis dahin kommen wir noch ganz viele Folgen. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüs. 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 Tschüs Untertitelung des ZDF, 2020